Liebe Kolleginnen und Kollegen, ab dem 1. April 2020 befinde ich mich offiziell im Ruhestand, werde aber noch zwei weitere Jahre an der Uni Marburg im Rahmen des BMBF-Projektes Roboprax in der Forschung tätig sein. Unsere Zusammenarbeit war zwar in den vergangenen Jahren nicht immer geräuschlos, dennoch möchte ich mich bei Ihnen für die vielen gemeinsamen Jahre am Fachbereich bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und ein glückliches Händchen für die jetzt anstehende Digitalisierung der Lehre. Und wenn Sie Fragen zur digitalen Lehre haben oder Unterstützung benötigen, stehe ich gern auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Verfügung. Beste Grüße aus dem Homeoffice sendet Ihnen Jürgen Handke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020